zum 20 jährigen jubiläum happy birthday lisa lass uns gemeinsam wien zur welthauptstadt der biotech szene machen alles gute herr superti furger sie leiten im auftrag der österreichischen akademie der wissenschaften das zem ein international anerkanntes forschungsinstitut für molekulare medizin an welchen fragestellungen forschte institut und was sind dabei ihre wichtigsten aufgaben also wir versuchen zu verstehen wie erkrankungen entstehen von der molekularen seite also die eigentlich die molekulare ursprung der erkrankungen versuchen dadurch neue therapeutische aber auch diagnostische ansätze zu finden das machen wir beim krebs bei immunerkrankungen seit kurzem aber auch altersprozesse metabolische erkrankungen also eigentlich prozesse dies bei sehr viele erscheinungen vorkommen und meine rolle ist talent zu finden talent zu fördern und selber eine tolle gruppe zu leiten das klingt interessant aber auch zeitintensiv um sie etwas näher kennen zu lernen wann sind sie heute morgen aufgestanden ich bin aufgestanden um sechs vor fünfzehn wie ich immer mache ich mache ein bisschen yoga dann tue ich mein müsli essen wasch mich ziemlich an ich habe eine waschmaschine gemacht ja so welche drei dinge sind immer in ihrem kühlschrank wein milch und käse welche ist für sie die schönste jahreszeit in wien ach wien wien ist immer schön wien ist besonders schön im monat mai wenn die rostkastanien und flieder blühen ich liebe wien zu alle jahreszeiten was schätzen sie an ihrer arbeit am meisten mit jungen und gescheiten menschen zu arbeiten das ist das beste sachertorte oder kaiserschmarrn sachertorte was hält sie in diesen tagen besonders auf trab die vorstellung dass wir relativ viele papers also veröffentlichungen zu schreiben haben und uns die zeit davon läuft donauinsel oder wienerwald wienerwald womit verbinden sie lisa wiener ich verbinde dieser wiener mit life science organisation die verschiedene biotech unternehmen tolle menschen die möglichkeit die biotech szene zu unterstützen lisa wiener wird heuer 20 und feiert das im september mit einem fest im wiener rathaus worauf freuen sie sich am meisten bei der veranstaltung gratuliere sehr zum geburtstag es freut mich tolle arbeit ich verbinde ich freue mich weil ich tolle menschen kennenlernen werde und und viele schon kenne und wir uns visionen ideen technologien austauschen werden ich freue mich gerade auf neue ideen und ja das ist sicher eine tolle party was wünschen sie sich vom life science standort wien für die zukunft weitere unterstützung dezidierte unterstützung vor allem die politische rahmen für die unterstützung von talente die aus dem ausland kommen also dass man keine schikane erlebt dass wir wirklich die besten leute nach wien holen können was ist ihr lieblingsmuseum die kunsthistorische museum wie lautet der beste tipp den sie jemals erhalten haben it's not about yourself an welcher branchenveranstaltung nehmen sie am liebsten teil alles was mit forschung in den lebenswissenschaften zu tun hat was ist die bedeutsamste erfindung aller zeiten die bedeutsamste erfindung aller zeiten ist das alphabet welches buzzword sollte im life science business nicht mehr verwendet werden artificial intelligence linkedin oder twitter twitter wenn sie an das zem denken worauf sind sie besonders stolz eine neue realität wahnsinnig viele neue forschungsergebnisse 40 nationen ja wir sind jetzt forever da was darf sich an wien niemals ändern die kaffeehauskultur und zum abschluss urlaub in den bergen oder am meer an mehr ja ja Untertitelung des ZDF, 2020